Die dritte Phase der Aufgabe lautet, eliminiere Gegner mit mindestens epischen Waffen. Also was sind epische Waffen? Epische Waffen sind die lilanen Waffen. Also könnt ihr für diese Aufgabe lilane und goldene Waffen benutzen. Ich würde euch empfehlen, die Aufgabe in Gruppenkeile zu erledigen. Sobald ihr dann fünf Gegner mit lilanen oder goldenen Waffen eliminiert habt, habt ihr diese Phase der Aufgabe erledigt.